Die Zahl der Corona-Toten ist in Deutschland auf mehr als 50.000 angestiegen. Weltweit sind es mehr als 2 Millionen. Hinter diesen Zahlen verbergen sich Menschenleben, Geschichten, Liebe, Familie, Hoffnung, Freude, Schicksale und auch Qual, Kampf, Leid, Tränen, Trauer. Die Verstorbenen waren Licht für die Welt und für die, die mit ihnen verbunden waren. Für sie leuchten nun Lichter in den Fenstern. Dazu hat unser Bundespräsident eingeladen. Ein Licht als ein Zeichen. Als Erinnerung an jene, die verstorben sind. Als Umarmung für die, die trauen. Als Kraftzeichen für jene, die gerade um ihr Leben kämpfen, und für die, die an ihrer Seite mit ihnen kämpfen. Und das Licht leuchtet in der Fensternis. Und die Fensternis hat es nicht erfasst. Gott, erbarme dich. Amen. Gott, erbarme dich. Gott, erbarme dich. Gott, erbarme dich. Gott, erbarme dich. Gott, erbarme dich.